Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. In diesem Video zeige ich euch, wie einfach es ist, den Bausatz Myc-Würfel aufzubauen. Die Bauteile auspacken, auf den Lötplatz legen und auf Vollständigkeit prüfen. Der erste Schritt ist das Entfernen des Klebebandes an den Widerständen. Danach werden diese direkt am Keramikgehäuse abgebogen. Die Widerstände sind im Bestückdruck mit R1 bis R7 eingezeichnet. Diese werden nun entsprechend in die Löcher gesteckt. Die Richtung spielt hier keine Rolle. Am Ende nochmal alle Widerstände schön andrücken und die Platine vorsichtig umdrehen. Dabei aufpassen, dass alle Widerstände ganz in der Platine stecken. Jetzt wird Beinchen für Beinchen mit dem Lötkolben verlötet. Dabei auf schöne Lötstellen achten, nicht zu viel und nicht zu wenig Löt sind zuführen. So in etwa sollten die Lötstellen aussehen. Idealerweise ist das Lot durch die Bohrungen geflossen und auf der anderen Seite zu sehen. Die überstehenden Drahtstücke werden nun exakt über der Lötstelle abgeschnitten. Nicht mit dem Seitenschneider in die Lötstelle schneiden, da diese sonst beschädigt werden könnte. Das nächste Bauteil ist der Mikrocontroller. Dieser muss in der richtigen Drehlage eingebaut werden. Pin 1 ist als kleiner Punkt auf dem Chip markiert, als Halbkreis auf dem Bestückdruck und als rechteckiges Pad. Damit er sich leichter einstecken lässt, müssen die Beinchen erst ein wenig nach innen gebogen werden, damit sie etwa 90 Grad zum Chip haben. Nun ein letztes Mal auf Pin 1 achten, den Chip einstecken und auf der Rückseite verlöten. Das nächste Bauteil ist der Taster. Dieser hat keine besondere Drehrichtung. Beim Einstecken darauf achten, dass keines der vier Beine verbiegt. Danach wieder auf der Rückseite verlöten. Nun werden die LEDs eingebaut. Diese haben wieder eine Drehrichtung, die am Bestückdrucker sichtlich ist. Die Kathode an der LED hat das kürzere Beinchen und ist zusätzlich durch eine Flachstelle am Gehäuse ersichtlich. Damit sie schönbündig mit der Platine aufliegen, löten wir die LEDs einzeln ein. Das kürzere Beinchen zur Flachstelle am Bestückdruck, auf der Rückseite beide Pads verlöten und die überstehenden Drahtstücke abschneiden. Für das letzte Bauteil, den Batteriehalter, merken wir uns, schwarz ist minus, rot ist plus. Die Kabel werden zuerst von unten durch die Zugentlastung gesteckt, dann von oben in die Pads und wieder unten verlötet. Wenn die Lötstellen abgekühlt sind, kann das Kabel durchgezogen werden. Der Würfel wird mit zwei AA-Batterien betrieben und ist sofort einsatzbereit. Gewürfelt wird mit einem langen Tastendruck, ein kurzer Druck zeigt das letzte Ergebnis an. Wenn euch der Bausatz gefällt, findet ihr in der Videobeschreibung einen Link zum Artikel in unserem Shop. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschööö. Vielen Dank.